Hallihallo, hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft live in the woods. Die Shader sind wieder da. Ja. Und ich wollte... Hier. Ich wollte hier. Hatte zwar wunderschön gemacht, war eine gute Idee, aber... Ich hätte schon gerne lieber... Hier noch einen kleinen Aufgang. Was jetzt hier gar nicht mal so schön aussieht. Wenn ich das jetzt so mache, ist es dann... Besser? Das sieht halt hier noch ein bisschen doof aus, ne? Ach man, warum habe ich denn kein Marble mehr? Ja. Das sieht halt jetzt hier wirklich doof aus. Was ist denn, wenn ich da jetzt wirklich mal sage? Hä? Hab ich denn das hin? Ach, ich glaube, das geht gar nicht, weil ich da ja bloß halbe Blöcke gebaut habe, ne? Aber wenn ich da jetzt hier so mache, dann sieht es schon deutlich besser aus, wenn ich jetzt hier vielleicht... Oh mein Gott. So, dann hatte ich das ja... Und was ist denn, wenn ich jetzt sage? Und was ist das hier? Ich glaube... Oh mein Gott. Ich glaube... Ich glaube... Und was ist das hier gerade? Und was ist das hier gerade? gefällt mir dann hier wieder nicht wenn ich jetzt so probieren wir noch was aus was ist denn wenn ich jetzt sagen wir mal ja das war durfte sich die was ich jetzt eingesetzt habe aber egal nach der hauern hier das loch warte mal wenn ich jetzt das dann ich schon mal kurz ich brauche trotzdem noch ich brauche trotzdem noch dingens marmor habe ich hier unten dieses scheiß loch brauche ich den oder man das ist mir nicht das hier jetzt noch weghauen würde würde das ja da oben gar nicht auffallen ich treppen wegehauen die kann man ja hier nicht benutzen okay dann gehe ich erst mal wieder pennen und dann müssen wir wohl noch mal losziehen tun in die weite ferne und ich glaube das könnte was doch das könnte dann besser aussehen als jetzt das kleinste noch im garten der onkel der feldrei scheiß creeper ich hab jetzt überhaupt nicht daran gedacht dass das scheiß viel explodiert so ein kleines bissl merkt man den, ne die schärfe merkt man den eigentlich überhaupt nicht an so wie sieht es denn hier drüben aus scheiße sieht es aus also wie haben sie denn da drüben gewütet da haben die sich ihre komplette marble weggeklaut oder was die kleinen säcke so da da doch ernsthaft habt nix steht doch hier ach so kann man ein bissl zerlegen warum ich hab doch ich hab doch ich hab gar nix auch dürfte ja auch reichen war eine sinnlose reise ich baue da echt ein kaninchen hin weinen sind cool ok da bleibt stehen so ja ich brauche ja so sieht es aus lieber enderman liegt die schnisch mit dem onkel an das gibt tote so ich wollte gerade sagen bauen wir mal hä was macht das denn mit mir ja du darin ich hab das doch Pferdchen was ist denn los mit dir wo ist denn das schon wieder hin so können wir schon mal anfangen dann schauen wir mal mal hab bitte seinerzeit pass auf sie doch zwei oder ne gut na komm schon komm schon hopp 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 oh und der letzte wird auch fürs letzte benutzt wunderschön ja 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 Ach, das passt schon, würde ich sagen, oder? Ich habe sowieso kein Marmor mehr. Kann ich nämlich hier so hoch gehen. Das ist traumhaft. Ich glaube, ich habe mal wieder so eine kleine Idee, die vielleicht ein bisschen doof ist. Vielleicht auch nicht, aber warte mal. Habe ich denn noch? Habe ich denn noch? Möchte ich hier oben drinstehen? Ja, habe ich noch. Habe ich noch. Dieses Zimmer meines Sieges sieht natürlich schöner aus, wenn ich da... Ich habe so viele Türen. Warum habe ich denn so viele Türen? Warte mal, habe ich die nicht? Habe ich nicht noch so eine... Das ist ein dummes Pferd. Das ist der Wahnsinn. Warte kurz, warte kurz. Wo ist es? Da. Was ist... Oh, Mann, Mann, Mann. Könnte ich noch das gut gebrauchen? Was baue ich denn da als Dingens, Bummens? Ich würde sagen... So, ich weiße Wolle einfach nehmen. Kreide. Ich nehme einfach weiße Wolle. Das reicht. Okay. Und ich werde mir das jetzt einfach mal antun. Obwohl ich weiß, dass mir die Türen eigentlich nicht so gefallen. Mh... Ich... Verstoß. So. Was machen wir da für Material? Weiße Wolle wollte ich da machen. Genau. Machen wir einfach weiße Wolle. Da kommt Scheiß drauf. Passt zum weißen Haus. Da haben wir da halt eben eine, so eine gedingste Tür. Das fällt kaum auf. So, jetzt haben wir hier so einen ganz minimalen, kleinen Balkon. Und hier machen wir auch weiße Wolle. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Okay. Okay. Äh. Ich hab wieder vergessen, das blöde Ding wegzulegen. Okay, 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 okay. Es ist... Okay. Wir müssen doch nochmal runter. Ja, haben wir denn hier noch sowas da? Eins, zwei, so genau. Passt doch. So, jetzt haben wir hier noch ein kleines, ging's. Da würde ich dann hier noch so ein... Warte mal, das können wir ja mal gucken. Wie das funktioniert. Stuhl, ne. Chair. Äh, Sitz. Genau. Die würde ich sogar so hell halten, oder? Ach, ernsthaft. Ich hab doch... Haha. Ich hab schon wieder viel zu viel Scheiß ein... Da muss noch unbedingt ein Ding sein. Viel zu viel Mist einstecken. Das brauch ich. Jetzt brauch ich natürlich diesen... Diesen da. Und hab ich denn hier noch... Ah, guck mal. Ich habe doch alles da. Boah, ich hab schon wieder viel zu viel Mist hier drin. In meinem Inventar. Schlafen. So. Juten Tag. Wir sind wieder da. Und weiter jetzt. Ach, ich hab keine Stäbchen mehr. So, du kommst erst mal hier wieder rein. Dankeschön. Ähm. Stäbchen. Sudele 40 hier. Die nehmen wir. Die hauen wir gleich komplett rein. Wir machen jetzt mal ein 64er Stick. Stäbchen. Oh, so viel Platz hab ich gar nicht. Gehörn raus. Haha. Nee, das hört sich falsch an. Hä? Egal. Egal. Schuhe da. Du, das, das da rein. Das da rein. Die Blätter brauche ich noch. Die, glaube ich, brauche ich nicht mehr. Das kommt vorne rein. Und jetzt können wir losbauen. Denn ich wollte gerne einen so einen Sitz machen. Haben wir sogar einen. Poff. Und dann hätte ich gerne. Was ist denn das? Achso. Äh. Äh. Tisch. Ja. Machen wir natürlich erst dem gleichen. Und da brauche ich wieder 2. 1. 1, 2. Ich mache manchmal so eine Kacke. Das ist der Wahnsinn. Äh. Und zwar das. Sudele. Ach. Ich nehme jetzt das Holz hier aus. Das brauche ich natürlich. Äh. 1. 2. Dachte ich, ne? Da. Das sind doch aber. Ach. Ich bin ja auch bei Fichte. Ich vollidiot. Ja. Ich kriege 7 Tische raus. Brauche ich höchstens 1. Jetzt habe ich zwar da unten dann. Unsere schöne Sicht verkackt. Aber naja. Ja. Ich habe aber keine Wolle mehr. Sonst hätte ich jetzt hier noch einen Tisch, äh. Noch einen Stuhl hingestellt. Jo. Habe ich wenigstens ein bisschen was. Ich würde sagen, dann stellen wir da noch ein. Habe ich denn noch sowas? Habe ich denn noch sowas? Habe ich denn noch sowas? Halt, das muss hier vorne drin sein. Nein, habe ich nicht mehr. Nein, habe ich nicht mehr. Nein, habe ich nicht mehr. Und zwar habe ich gesucht. Äh. Das habe ich gesucht. Boah. Ist mein Herrn heute irgendwo... Wo ist es denn hin? Marble Slap? Hm. Boah. Ich bin gerade total verplant. Was habe ich denn gesucht? Achso. Äh. Ziegelsteine. Aber die finden wir ja sowieso überall, ne? Jetzt werden wir mal ganz kurz... ...auf Tocherkos gehen. Da haben wir zum Beispiel schon was. Für den Ziegelstein. Ersthaft. Ziegel. Zeig. Hier war die Höhle. Was ist denn das für ein Mist hier? Ich brauche doch nur... ...ein paar. Wo ist es denn hin? Wo ist es denn hin? Wo ist es denn hin? Ich such doch nur... ...dingens. Wie heißt denn die Scheiße überhaupt? Ton. Ja, schau mal da. Ja, guckst du. Ja, wenn wir vorhin dabei sind, ne? Dann holen wir uns mal die Kacke hier weg. Ja. Was ihr mir vielleicht mal erklären könnt, liebe Leute. Ach. Vergiss mal wieder aufzutauchen. Was ihr mir vielleicht mal erklären könnt, wie man... ...Reis anpflanzt. Das wäre... ...cool, wenn ich das mal wüsste. Was ist denn dieses Zeug? Kann ich das hier etwa auf... Warum kann ich denn das auf Kies bauen? Ich weiß nämlich nicht, wie man Reis anbaut... ...und auch nicht, wie man diese Kaktuspflanzen anbaut. Nein, die baut man nicht einfach auf... ...auf Sand. Das probiere ich die ganze Zeit bei mir im Segelblatt, aber es geht nicht. Und sobald ich reise, also auf normaler Erde, funktioniert es auch nicht. Auf Tillit... ...auf dieser... ...ja, auf diesen... ...ich sag mal vorbereiteten Gedöns... ...funktioniert es auch nicht. Auf diesen... ...diesen... ...diesen... ...dieser... ...dieser Erde, die da... ...die Kapast Erde oder sowas... ...funktioniert es auch nicht. Äh... ...da kann... ...da bleibt es bloß drin stecken, wenn man es nicht bearbeitet mit der Hake. Aber sobald man es mit der Hake bearbeitet... ...geine Chance. Da gehen die Dinger... ...flippen dann einfach wieder raus. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen... ...wie man diesen Mist... ...anpflanzen kann. Das wäre vielleicht sehr nett von euch, wenn ihr mir da irgendwie auf die Sprünge helfen könntet. Das Gehirn... ...ich brauche ja gar keine Leiter mehr. Da könnte ich ja eigentlich... Ach, guck mal, was ich hier habe. Ich glaube es nicht. Ich habe vor uns gebaut. Merken. Leider dort. So, liebe Freunde. Ja, da würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich glaube, ich werde einen noch machen. Und dann... Tschüss.